Wir haben dann ja eben auch sogar unsere Papiere, die wir versteckt hatten, in einer Klogrube wieder rausgeholt, weil wir fanden, das sollen die doch ruhig sehen können. Dann aber erfuhren wir, dass die unter anderem offenbar auch den Auftrag hatten, einige von uns wegzuholen. Ich war entschlossen, die deutschen Wissenschaftler weiter festzuhalten, um mehr über ihre Arbeite rauszubekommen. Wir brachen sie dann nach England. Nur dort gab es die rechtlichen Voraussetzungen, sie festzuhalten, bis entschieden wurde, was zu tun war. Die meisten Wissenschaftler wollten weitermachen, nachdem schon so viel Arbeit investiert wurde und man noch nicht einmal wusste, ob es funktioniert. Bis dahin war ja nur alles reine Theorie gewesen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich war bei dem Trinity Test dabei, aber ich war nicht an seiner Vorbereitung beteiligt. Im Gegensatz zu vielen anderen aus meiner Abteilung, die Wochen und Monate in der Wüste den Test vorbereiteten. Nach der Testexplosion wurde ich mit dem Jeep zum Hauptquartier gefahren, um an der Auswertung der Messwerte teilzunehmen. Ich wurde mit dem Jeep zum Hauptquartier gefahren, um an der Auswertung der Messwerte teilzunehmen. Die Vereinigten Staaten hatten noch einen anderen Gegner, der immer noch sehr stark war. Deshalb verlagerte sich der Kriegsschauplatz auf Japan. Meiner Meinung nach war es nicht notwendig, die Atombombe einzusetzen. Man hätte den Japanern die Chance geben können, den Krieg ohne den Einsatz der Atombombe zu beenden. Aber auf unsere Petition hat die amerikanische Regierung nicht reagiert. Ich ging also zu Oppenheimer und zeigte ihm den Brief. Er sagte, das ist Unsinn. Wir Wissenschaftler verstehen davon nichts. Die Leute in Washington wissen das ganz genau. Wir sollen uns mit diesen Fragen nicht beschäftigen. Alles war für die Bombardierung Japans vorbereitet. Wir wussten sehr wohl, dass unser Entwurf der Bombe noch gar nicht ausgereift war. Da wir nicht wussten, wie lange der Krieg mit Japan noch dauern würde, war das Labor und Teile der theoretischen Abteilung damit beschäftigt, die Bombe zu verbessern. Vielleicht brauchen wir zwei Bomben, vielleicht auch hundert. Und die späteren sollten besser werden als die ersten. Ein halbes Jahr lang waren zehn deutsche Wissenschaftler in Farm Hall interniert. Von dort erhielten wir den endgültigen Beweis, dass die Deutschen wirklich nicht an der Atombombe arbeiten wollten. Natürlich hörten wir ihre Gespräche die ganze Zeit ab. Heisenberg war der einzige aus der Gruppe, der einen Schimmer davon hatte, wie eine Atombombe funktioniert. Als man ihnen die Nachricht über Hiroshima zugespielt hatte, sagte Heisenberg, das ist unmöglich. Niemand kann die Atombombe bauen. Und als wir dann den zweiten Nachrichtendienst hörten und Einzelheiten über diesen Bombenabwurf hörten, stellte sich heraus, das muss eine Atombombe sein. Und bei dieser Gelegenheit hat dann der Odo Hahn zum Heisenberg gesagt, nach Heisenberg, wenn das eine Atombombe ist, dann seid ihr ja alle zu Physikern zweiter Klasse degradieren. Und dann haben wir nach einiger Zeit gesehen, dass die Amerikaner eine Arbeit hineingesteckt hatten, also Geldsummen hineingesteckt hatten, die so außerordentlich waren, dass uns nie in den Sinn gekommen war, dass man für ein so zweifelhaftes Unternehmen wie die Bombe so viel ausgibt. Bei der Gelegenheit passiert ist dann auch noch, dass der Odo Hahn fragte, na ja, warum hat man denn keine Atombombe gehabt? Und da hat er Weizsäger drauf gesagt, ja, wir haben keine Atombombe gebaut, weil wir im Grunde keine haben wollten. Und Heisenberg antwortete, die Alliierten hatten bessere Gründe als wir, eine Atombombe zu bauen. Eine Woche später stellte Heisenberg eine Berechnung an über die Funktion einer Atombombe. Er wusste genug über das Verhalten von Neutronen bei Uranisotopen, um die kritische Masse auf 20 Kilogramm festzulegen, was der Realität entspricht. Das ist typisch für ihn. Er hat sich natürlich gesagt, wenn ich das 1942 mache, dann können mich die Nazis foltern und dann werde ich es denen sagen müssen. Er wollte sich diesem Druck nicht aussetzen. Er und Weizsäger beantragten von der Regierung einen lächerlich kleinen Etat für ihre Forschungsarbeit. Rüstungsminister Speer hätte ihnen mindestens eine Million Mark zur Verfügung gestellt. Was immer noch verschwindend wenig im Vergleich zu den 10 Milliarden Mark des amerikanischen Projektes war. Aber sie wollten nicht mehr. Warum hat Heisenberg sich dann überhaupt an diesem Projekt beteiligt? Er dachte, es wäre seine Pflicht, wenigstens ein bisschen an dem Projekt zu arbeiten. um junge deutsche Wissenschaftler vor dem Tod an der Front zu bewahren. Das erzählte er mir in 1948, als ich ihn in Göttingen besuchte. Ich erfuhr von dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima aus dem Radio im August 1945 in Liverpool. Ich hatte immer noch gehofft, dass selbst wenn die Bombe gebaut werden könnte, sie nie zum Einsatz käme. An dem Tag wurde mir klar, dass die Wissenschaftler weitere Einsätze von Atombomben verhindern müssen. Ebenso wie die Forschung an der Wasserstoffbombe. Und seitdem habe ich meine ganze Arbeit auf dieses Ziel gerichtet. Ich kann nicht anders denken als einfach. Die Verantwortung des Wissenschaftlers ist die Wissenschaft. Wir müssen das fertigbringen, was kein anderer fertigbringen kann. Wir müssen wissen, was es zu wissen gibt. Wir müssen anwenden, wo man anwenden kann. Wo man dann die Anwendungen wirklich anbringen soll. Das ist eine politische Frage. Und in einer Demokratie ist diese Frage nicht zu beantworten von irgendeiner Minorität. die muss beantwortet werden vom Volke selbst. Oder aber, wo das die einzig praktische Möglichkeit ist, von den erwählten Vertretern des Volkes. Ich glaube, es war 1952. Ich war der leitende Kernwaffenberater, als General LeMay mich zu sich bestellte. General LeMay war der mächtigste Mann der amerikanischen Verteidigungspolitik. Wenn die Solvarts aufgemuckt hätten, hätten wir sie von der Erde ausradiert. Ich ging also in sein Büro. Ich war ziemlich nervös. Er sagte, setzen Sie sich. Ich hatte ein paar Jahre zuvor mit ihm zu tun gehabt und er mochte mich irgendwie. Er sagte, weißt du, was ich von euch will? Ich will eine Bombe, die die ganze Sowjetunion wegpustet. Und wenn ihr mir diese Bombe gebt, dann bin ich wunschlos glücklich. Und er meinte es, so wie er es sagte. Und ich sage ihm, wenn er jemals solch eine Bombe gekriegt hätte, was nie möglich war, und er hätte in einem kommenden Krieg etwas zu sagen gehabt, dann wäre sie zum Einsatz gekommen. Er hätte es Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020